Guten Abend zusammen, heute haben wir mal den Shami dabei, der Tantori möchte gerne seine Kiste aufmachen. Wir haben wieder mal Wochenwechsel, das heißt wir können unseren Vault öffnen, unsere Schatzkammer, unser Chest, wie man es auch immer nennen möchte. Heute mit dem Schamanen, weil wir die letzten zwei Wochen eigentlich ziemlich viel mit ihm gemacht haben. Wir haben letzte Woche auch die ersten drei Zwanziger geschafft, die wunderbar gelaufen sind soweit es geht, alles auf acht sind soweit, zumindest letzte Woche die Themen. Und ja, diese Woche müssen wir dann gucken, wie es denn weitergeht. Ein 2,5er Wertung wäre schon ganz nett zu dem und noch ein paar Zwanziger dazu wäre auch nett, aber das müssen wir mal gucken, wie wir das organisieren und ob das wirklich so weitergeht. Wie das jetzt die letzten Tage so gelaufen ist. Genau, also gucken wir uns mal die Kiste an. Wir sind Teil der Gryterherstellungsequipment, dann wollen wir mal. So, wir haben letzte Woche einmal eine Ride gemacht. Einen Dolch haben wir hier. Wir haben ein Schild, mythisch, 4,43, Crit-Meisterschaft. Wir haben ein Hals, 4,80, Crit-Meisterschaft. Und Beine, 4,80. Hm. Schild hat es natürlich auch cool. Die 67er Off-Mainhand und 4,21er Schild würde natürlich, wir gehen mal in High Last Back, würde natürlich auch richtig gut passen. Gucken wir mal, was der so braucht, platz-technisch. Schild, schild, schild. Schild, schild. Hm. Stats. Wir brauchen für Mütisch plus Versatility Crit. würde er die hose eigentlich ganz gut passen vor einigen nachdem wir die hose auch ein bisschen kleiner haben da bin ich mir gerade nicht sicher wir haben dann eine zweieinfachen mit tempo wir haben 480 streitkunden 460 krit für satility und dann das schild dazu für krit meisterschaft was eigentlich auch ganz gut ist würde mir gefallen aber die hose die ist natürlich auch nice tja 500 ausdauer und 100 intelligenz mehr sehr schwierig jetzt hält eine kürbend wird nicht trocken mit tischen was wir laufen von daher ein mythischer schild ist schon interessant jetzt guck ich mal was die so normalerweise so anhaben mythisch hier damit richtig aufwählen und ok auf alle fälle schild und ok dann bin ich für das schild einfach das jetzige schild die 21 von der letzten season zwar die richtigen stars aber geht besser wie wir sehen nicht wahr hier 480 470 in der tasche ihr nehmt das schild nein das ist halt schon ein kurzer upgrade ja gut int 500 int und ant und dran ja doch wir nehmen das schild schild waffe dann haben wir einen 20er schlüsselstein tyrannisch unkörperlich und boshaft ist diese woche und wir nehmen das muschel und verpostet das schild ja jetzt wird es dann ist soweit ja das war meine entscheidung heute gucken wir ob wir damit gut fahren ich wünsche euch noch einen schönen tag eine gute woche startet gut rein in die neue id und hoffe ihr hattet super guten loot bleibt gesund und schaltet nächste wöre wieder ein wenn es wieder heißt wir gucken wir uns sofort an jetzt auch mit dem tanto zusammen